Wird gefeiert heute! Are you ready to party? Ich weiß, wenn ich in eine Halle reinkomme und die Menschen, die hier stehen und wir hier oben auf der Bühne stehen und Music in der Mitte ist, dann kann das nur eine geile Abend sein. Und wir freuen uns jeden Abend auf euch. Weil heutzutage habe ich das Gefühl, man konzentriert sich zu viel auf die schlechten Seiten der Menschheit. Man konzentriert sich zu viel auf die böse Menschen. Man achte nur auf die Probleme, aber es sucht keine Lösungen. Aber wir kommen mit dem Botschaub. Wir kommen mit dem Botschaub von diesen harten Neon. Und das ist nicht zu vergessen, wie schön dieses Leben sein kann. Nicht zu vergessen, wie schön du bist. Nicht zu vergessen, weil jeder fucking Problem ist eine fucking Lösung. Und wenn ich einen Entwurf bekomme vom Zuhause, wo ich unterwegs bin und mein Kind irgendwas gelesen hat, und es macht sie Angst, dann sage ich dir, nicht zu vergessen. Es sind so viele mehr gute Menschen auf dieser Erde als böse Menschen. So viele mehr gute Menschen. Und ich weiß es, weil ich jeden Abend so viele tausende gute Menschen stehe. Und ich weiß es, ich sage die gute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020